Die UVP-Novelle 2023 verspricht uns einen Fast-Track für erneuerbare Energien. Aber passt das überhaupt zusammen, UVP und Verfahrensbeschleunigung? Das werden wir heute auf Herz und Nieren prüfen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niedower von der Umwelt- und Energierichtskanzlei Niedower und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Karlsson. Und wir schauen uns genau vier Punkte zu dieser UVP-Novelle an. Der erste Punkt ist, Windenergie darf nicht an fehlender Raumordnung scheitern. Das ist schon einmal ein guter Move. Die Landesplanung soll grundsätzlich vorhanden sein. Dann ist es letztlich egal, ob die Gemeinde gewidmet hat. Aber selbst wenn beides fehlt, Landesplanung und Widmung der Gemeinde, dann kann ich das Projekt mit Zustimmung der Gemeinde umsetzen. Grundsätzlich also ein durchaus tauglicher Versuch, die Verfahren zu beschleunigen. Das kann schon weiterhelfen. Mit einem kleinen Fragezeichen, weil doch etliche meinen, dass die Bestimmung potenziell verfassungswidrig ist. Das muss man sich dann anschauen, ob sie in der Praxis auch tatsächlich angenommen wird oder nicht. Jedenfalls wird es den Ländern ein bisschen einen Push geben, dass sie mit der Raumplanung weitermachen. Zweiter Punkt. Hohes öffentliches Interesse spricht für diese Vorhaben der Energiewende. Das ist ebenfalls eine gute Regelung, weil es in die Interessenabwägung eingreift, wo es darum geht, zum Beispiel Naturschutz oder Umsetzung des Projektes. Gute Regelung aber am falschen Ort. Das steht im 17 Absatz 5 UVB-Gesetz, wo es um eine Gesamtabwägung am Schluss geht. Aber hat der 17 Absatz 5 UVB-G Auswirkungen auf die Interessenabwägung im Naturschutzgesetz, im Forstrecht oder im Wasserrecht? Das wissen wir noch nicht. Also insofern geht die Regelung möglicherweise nicht weit genug. Weiter ist jedenfalls die EU, weil die EU sagt in der Notfallverordnung bereits, das ist kein hohes öffentliches Interesse, sondern ein überwiegendes öffentliches Interesse, das für diese Projekte greift. Dritter Punkt, Landschaftsbild des UVB-G sagt, Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie dürfen nicht am Landschaftsbild scheitern. Wiederum ein guter Move, allerdings auch hier am falschen Ort steht auch im 17 Absatz 5 UVB-G und wir wissen nicht genau, ob der Ausstrahlwirkung auf die einzelnen Materiengesetze hat. Vierter Punkt, etliche Vorschriften zur Verfahrensbeschleunigung finden sich im Gesetz. Die kann ich gar nicht alle auflisten. Verfahrensgliedernde Fristen, Stand der Technik wird sozusagen eingeführt. Verfahren schon sozusagen auf den Zeitpunkt der öffentlichen Auflage ergänzendes Vorbringen der Projektsgegner spätestens eine Woche vor der Verhandlung. Das sind alles gute kleine Einzelschritte, um das Verfahren tatsächlich schneller zu machen. Das ist alles gut. Der große Wurf fehlt aber leider auch hier, nämlich eine einheitliche Kundmachungsplattform. Das ist alles gut.